Ja, sie ist halt daheim und hat schon einen Stiefel gestellt mit dem Vater und der hat sich das machen müssen. Und der hat das vorgebracht und gesagt, was soll das die Kinder, sie müssen nachher so weit schuldigen, zwei Stunden haben wir da geschuldet. Und dafür, dass sie nicht sicher sind, hat sie gesagt, dass sie sich vorgewaltigen, die Kinder. Dann hat sie gesagt, nein, obwohl das so ist, dann lasst sie die ganze Gruppe aufstellen und dann sollen sie sich halt suchen, weil es gewesen ist. Wir sind nicht entstanden gewesen zu sagen, haben wir schon gesehen. Aber hast du gewusst was ist und hast du nicht getraut? Ja, aber du traust ja nicht, wenn du so viele Leute sind, wenn du ein Kind bist. Traust dich doch nicht getraut? Nein, nein, logisch nicht. Und dann hat er gesagt, weißt du was, hat er gesagt seinem Vater, du tust alle Tage mit den Kindern raus und eingehen oder tust sie anholen oder raus in vier nach, einmal sie hin oder einmal her. Da hat sich das Kind gefordert schon und auf Nacht und geholt wieder, nämlich du. Dann ist es ausgeblieben, das Ding. Ist aber, ich traue dich, oder? Ich glaube, ich habe einmal das Glück gehabt, meine Leute. Das ist mir alles gut gegangen. Das ist alles wieder passiert. Und dann geht's. Und dann geht's. Dann geht's.